Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los. Ich muss nur kurz meine Ärmel hochkrempeln. So, let's go. Sollte auch fahren. So, wir müssen jetzt hier ungefähr 50 Sekunden leben. Das mache ich natürlich einmal. Ich fahre hier einfach die ganze Zeit jetzt im Kreis. So. So. Okay. Achtung, hier spricht der Werkschutz. Alle Mann zurück zur Basis. Ja, ich habe es geschafft. Let's go. Ah, jetzt soll ich da hinfahren oder was? Toll. Dann fahren wir mal dahin. Bringen den Mondbuggy zu ihnen. Ja, dann machen wir doch. Was wollen die eigentlich mit diesem Buggy? Der ist ja übelst kacke eigentlich. So, da ist er. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Okay, jetzt fahren wir weg. Wir übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Ähm, ich glaube, ich soll die folgen. Oder? Oder auch nicht? Okay, nee, ich muss sie nicht folgen. Zum Glück. Hätte nämlich gar keinen Bock drauf. Jetzt. Um ehrlich zu sein. So. Okay, mach ich. Gehen wir hier einmal hoch und klauen uns gleich ein Auto natürlich. Das Ding ist ja übel zu lang. Wie geil. Das Ding ist ja übel zu lang. Ich wollte eigentlich das Auto klauen. Das Ding ist ja übel zu lang. Das Ding ist ja übel. Das Ding ist ja übel. Das Ding ist ja übel. Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Ein blauen Farbwechsler. Okay. Oh. Natürlich. Das ist lila. Layla ist das. Gut. Kann man hier irgendwas kaputt machen zufällig? Döö. Dööö. Dööö. Da kommen wir auch nicht rein. Wo kriege ich jetzt hier was blaues her? Was ist das eigentlich da hinten für so ein komisches Türdingel? Vielleicht muss ich da mal hin. Oh nee, warte, hier. Ich hab was gefunden. Fahrzeugdiebstahl-Herausforderung. Nein. Ey, ich hab auf Nein gedrückt. Wenn ich jetzt hier irgendwas... Ah, zum Glück, ich dachte schon. Nee. Okay, dann geh ich mal zu diesem komischen Türdingen da. Vielleicht ist da ja was. Aber das ist schon wieder irgendwie zu weit weg. Geben Sie mal kurz Ihre Limousine her. Ah, schüttel auf. Und ich muss hier kurz zur Polizei... äh, in den Auto klauen. Ego-City-Bank. Nee. Okay, da kann ich nichts. Wie krieg ich denn jetzt hier so eine scheiß blaue Farbe her? Das geht mit Sicherheitsverbeugung. Das geht mit Sicherheitsverbeugung. Ja, hier sind aber nur diese Dinger. Die ich nicht brauche. Wenn du nicht mal da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Ja, sorry, dass ich so ewig brauche. Aber ich finde irgendwie keine Farben, Dings. Hier ist was. Aber wie komme ich da hoch? Ach so, das soll ich ja, glaube ich, oder? Wenn ich mir doch nur für alles ein Taxi leisten könnte, schmerz und laufen. Junge. Können die auch mal sagen, wo es hier zufälligerweise Farbe gibt, Junge? Ich habe doch keinen Bock, hier mal 50 Jahre zu suchen, Alter. Das ist keine Farbe. Jetzt gib mir doch mal Farbe und keine Steine, Alter. Hier ist nichts, hier ist überall nichts. Leute, ich glaube, ich muss hier gar nicht wieder ein Video gucken, weil ich bin nicht zu blöd, das zu finden. Jetzt werde ich, wo soll hier blaue Farbe sein? Ich muss hier ein Video gucken, ich finde es nicht. Leute, ich bin wieder da, ich habe so ein bisschen jetzt das Video geguckt. Es müsste irgendwo hier hinten sein. Ich klaue mir jetzt hier nochmal kurz ein Auto. Ey, ich brauche doch nur ein Auto. Das ist ein Notfall. Ja, das ist ein Notfall, weil ich muss blauer Farbe sehen. Wo war es jetzt hier? Ich glaube, hier hinten war das. Ah, entweder war es jetzt hier auf der Seite. Ne, war auf der anderen Seite. Oh, okay. Oh, oh. Ich habe sie gar nicht gesehen. Hey. Okay, ne, hier war es nicht. Ah, denen geht es sicher gut. Hm, irgendwo hier außen müsste die jetzt sein. Ich weiß aber gerade nicht, auf welcher Seite ich sein soll. Könnte auch sein, dass sie auf der Seite hier ist. Ah ja, hier ist sie doch. Hast du gefunden. Irgendwie lädt das hier nicht richtig. Achso, ich muss mit dem Monddings da rein. Ne, hä? Ich habe es jetzt gefunden, ohne dass ich da reinkomme, oder was? Ist überhaupt blau drin? Ja, hier ist blau. Wie komme ich da jetzt rein? Grüß dich. Der sagt, ich kann das nicht bauen, obwohl ich der... Okay, wir probieren es jetzt mit jedem. Ah, damit kann ich es bauen, okay. So, lass mich da bitte rein. Ich habe... So langsam ist nämlich mein Geduld komplett weg. So. Nehmen wir jetzt bitte diese... Ja, blaue Farbe einfach nur und... Endlich. Das Gute ist, dass es schon so viele Videos davon gibt. Dass man es dann einfach nur noch... Warte, ich... ...angucken muss. Äh, warte. So. Ich mache es blau. Danke. Endlich. Ich kann hier hoch. Oh mein Gott. Wie weit soll ich denn hoch... Ah, ja. Da hoch soll ich. Okay. Dann mache ich das mal. Aber als... ...Polizist. ...Polizist. Bats. Bats. So, schön hier alles einsammeln. Okay, so. Ich werde festgehalten gegen meinen Willen. Hört mich jemand? Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Oh, das ist klar. Mir geht's gut. Hab mir nur den Ellenbogen gestoßen. So. Den einen habe ich vom Dach geschmissen. Einfach mal so. Ist ja jetzt einfach nach unten. Ja, tatsächlich. Okay, so. Äh, den Mundbrot. Hier. Zack, zack, zack. Boah, das war interessant gerade. Tschüss. Tschüss. Okay, okay, okay. Ich setze mir jetzt hier nicht alle Dinge ein. So. Boah, ich bin fast drunter, das ist halt nicht. Juhu, was man hier alles machen muss, um zu ihm zu kommen, Alter. So, ich gehe hier hoch, oder was? Ich gehe einfach mal kurz hoch. Schön. Amma, Alter. Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Da, ein Vordach! Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au, das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Ahem. Ja, kann er. Grundgütiger Himmel, Rettung naht. Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! Jo, okay, jetzt gibt's einen Riesenkampf. Let's go! Äh, was seid denn hier? Was ist auf der Seite? Wamm, Alter. Genau, zeigen Sie es denen! Das waren einige Zweier! Ha! Die Trachtbrügel hat er verdient! Vorzüglich, ganz alte Schülle! Geschieht diesem Raufbold nur recht! Los! Immer auf die Zwölf! Genau, zeigen Sie es denen! Am! Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht, solange ich da bin, Sir. Die schicken womöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Oh, nee. Wir sind leider spät dran, Chase. Kamst aber wohl auch ohne uns, klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig! Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Okay. Ich bin untröstlich. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Wir sind uns auch nie begegnet. Chase McCain. Sieh an, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Er weiß, dass es nicht Chief Dumbi war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Freie jeglicher Meinungsmacher. Eine Schande, dass er jetzt ausreichend kommt, was er wohl alles anstellen wird. Ich muss auch mal längere Videos drehen, weiß ich. Wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht? Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das im Hintermier liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Hm. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Ich meine, dass Sie diese Dinger hier so langsam fahren, glaube ich. Nein, das ist ja nett. Was ist das eigentlich für eine Kutsche, was er hier fährt? Guter Tag für eine Spazierfahrt. Okay, ich bin da. Bam. Da wären wir. Mr. Blackwell, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit. Ich? Äh. Warum gehen wir nicht hinein? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wieder sehen. Das reimt sich, ja. Hm. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Disco-Sorbit vorbei, der so einen anderen Video wird noch mal verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Achten Traum auf den Tag. Haut rein, also euer Sando. Ciao. Ciao.